Ortstermin Berlin Fashionweg, das Who is Who der Modesszene trifft sich. Zum Sehen und Gesehenwerden, Sektschlürfen, Bussi Bussi und natürlich, um die Trends der kommenden Herbst-Wintersaison zu ermitteln. Fachleute unter sich. Sie wissen, was in ist und auch die Prominenz auf dem roten Teppich hat keine Probleme in Sachen Stilsicherheit. Und so manches Outfit wirkt für den Laien schon fast, äh, mutig. Ich hätte eigentlich einfach nicht in meinen Kleiderschrank greifen müssen, sondern einfach in die Karnevalskiste bei uns in Köln und hätte was mitbringen können und ich wäre echt ganz gut weiter vorne bei gewesen, fashionmäßig. Gute Idee, aber vielleicht gibt es ja wirklich ein paar Basics, mit denen auch Modemuffel absolut nichts falsch machen können. Schwarze Lederjacke. Funktioniert immer. Ganz genau. Einfach schwarz gekleidet und kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Für Frauen vielleicht, finde ich so Enkelboots immer ganz gut. Das streckt die Beine, das ist elegant. Mit schwarz liegt man immer richtig. Schwarz ist immer gut. Es sind natürlich die Klassiker. Ein cooles weißes Hemd zu einer schwarzen Hose oder auch einer Jeans. Ein toller Mantel, der kann ruhig auch so camelfarben sein. Wichtig finde ich immer, dass die Sachen wirklich gut sitzen und vielleicht eine schöne Qualität haben. Was immer geht, ist natürlich das kleine Schwarze. Und was auch komischerweise immer noch geht, wie man sieht, Camouflage. Und man muss es selbstbewusst tragen und dann ist es alles modisch. Alles klar, entweder schwarz und schlicht oder eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein. Dann kann nichts schief.